Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Christian Heimschelmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in verschiedenen Stellen Deutschlands, ja, sitze gerade jetzt schon am dritten Buch, während das zweite, blende ich auch nochmal ein, ja gerade sehr schön draußen ist, mit auch vielen coolen Artikeln schon, genau, ganz kurze Info, es gibt wieder Bootcamps mit mir persönlich in Murnau-Nähe von München, Hamburg und Berlin, Ende des Sommers, Termine packe ich hier unten drunter und es gibt gerade einen 50-Euro-Code für diese Bootcamps, Sommer 50 heißt der, packe ich hier auch drunter und für meinen Kurs Spiritualität und Nice geiles Leben, also mein Hauptspielkurs, gibt es auch gerade einen Code, packe ich auch hier unten drunter, findet ihr alles auf liebeschiff.de, meine ganzen Kurse rund um die Liebe, wer mich noch nicht kennt, so, jetzt aber, und zwar hatte ich eine coole Frage bekommen, die bezieht hier auch auf das letzte Video, das werde ich jetzt sicherlich auch nochmal verlinken, wo es noch um eine On-Off-Beziehung geht und meistens, in der Regel sage ich ja, On-Off-Beziehung nicht kompatibel, trennen und ich hatte ja im letzten Video gesagt, ja, man kann ja auch mal überlegen zu sagen, okay, dann sind wir eben, wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du willst und wir nicht übereinander kommen, dann haben wir halt unterschiedliche Vorstellungen, du willst deine Ex dann noch so irgendwie ein bisschen im Leben lassen, dann haben wir eben, ja, Freundschaft plus, offene Beziehung, mache ich auch, was ich will, machst du, was du willst, ich mache, was ich will und was soll's und da hat ja jemand zurecht gefragt, aber eigentlich sagst du doch, man soll sich trennen, jetzt ist natürlich so, natürlich gibt's immer nicht für jede Beziehung die eine Lösung, ich wollte auch einfach mal so als Gedankenübung mal eine andere Lösung aufmachen, aber es gibt trotzdem eine Antwort auf die Frage, ich würde sagen, wenn du wirklich cool bist, bist bei dir, bist nicht in so einem liebessüchtigen Kack-Modus, sag ich jetzt mal, wo du immer nur obsessive Gedanken sucht, 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 was mache ich denn jetzt und du bist irgendwie cool, du willst mal was Neues ausprobieren, ähm, dann kannst du auch mal so ungewöhnliche, einfach mal, ja, ist ja auch nicht für jeden was, aber kannst du auch mal so ungewöhnliche Geschichten machen, dass du sagst, okay, ähm, dann, ja, können wir uns ja noch ab und zu treffen, aber dann sehe ich auch nicht ein, warum ich mich hier so anstrengen soll, haben wir eben Freundschaft plus. Wenn du aber krass, äh, im liebessüchtigen Modus bist, obsessive Gedanken, äh, deine Freunde kotzen schon, wenn du das Thema bringst, äh, du weißt einfach, es tut dir nicht gut, äh, dann sollte man natürlich, äh, da gibt's nur die Trennung, gibt's nur die Trennung in liebessüchtigen Beziehungen, ist meine Meinung, äh, sehen andere vielleicht anders, also meine Erfahrung, meine Meinung ist, es gibt nur die Trennung und natürlich, wenn das dann so eine On-Off-Form hat, was es öfter mal hat, also deswegen, kochen, korrekte Frage, sollte man sich definitiv trennen, ich weiß, dass liebessüchtig hier ist, ich sag dann immer, ja, vögel mal noch ein bisschen weiter und was soll's, aber das sollte man in der liebessüchtigen Beziehung nicht tun, weil das ist so wie, ja, ich hör mal auf zu trinken, aber bis dahin kann ich ja noch, äh, die Alkoholvorräte in dieser Kneipe leer trinken, ähm, das macht natürlich keinen Sinn, so, ne, also insofern, äh, genau, dann sollte man sich tatsächlich trennen. Ja, schickt mir gerne weitere Fragen, äh, könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de machen oder an, äh, support.liebeschip einfach, ähm, schicken und, ja, muss mal gucken, vielleicht gehe ich, glaube ich gehe Freitag nochmal live diese Woche auf YouTube hier, Mittwoch auf Twitter immer und ich warte wirklich täglich darauf, wann's Neuigkeiten gibt zum Podcast, der jetzt auch nicht rauskommen soll und, naja, schauen wir mal, wir werden uns bald wiedersehen.